Hallöchen, da sind wir wieder. Hoffentlich klappt das jetzt. Perfektes Spiel. Noch nie einen gehabt hier drinnen. Wir hatten eh schon mal einen großen Lachflash bekommen hier, weil, ja. Ja, die Spiele sich gleichen wie ein Ei. Ich meine Augenklappe mit dem Mundschutz verwechselt habe, habe dadurch keine Luft mehr bekommen. Au, ich habe eine kleine Axt, du. Ich hau mal eine große Axt raus. Sehr nice. Das finde ich jetzt mal richtig gut. Die kleine Axt. Aus dem Ordner? Aus dem Ordner? Braucht man, ne? Ja, das ist die kleine. Genau das wünsche ich mir. Ich habe eine große Axt, also wenn du Lust hast, kannst du dir gerne die große nehmen. Nee. Nee. Die kleine reicht, glaube ich, auch zu Metall und Holz abloten, reicht das, glaube ich. Ja. Da brauche ich keine Große dazu. Erst nix. Ich denke, die macht natürlich ein bisschen mehr Schaden. Kriegt man die Tür nicht auf hier? Weil ich müsste aufs Klo. Die große macht mehr Schaden, das ist auch bei H1-Z1. Das ist auch bei H1-Z1. Ich denke hier auch, also wenn er hier eine 10-Kilo-Axt auf den Kopf kriegt oder eine 2,5 durch die, durch die, durch die, achso, darf er hier nicht, ist ja kein 18er-Spiel. Auf dem C fällt, wenn beide auf dem C fallen, hat die 10 Kilo mehr Kraft und mehr Schaden hinterlässt, die natürlich wie die 2,5 Kilo. Halt, was ist, was ist das hier? Was ist, was ist das? Das hier? Ich weiß nicht. Ja, das ist eigentlich ein Raum. Ja, ne, wenn du rausguckst. Ja, hier, aber ich komme hier nicht durch. Das sehen wir alles nicht. Das ist der draußen, das ist der. Nee, das ist der draußen. Nein, nein. Denkst du nur so. Das war der Flur. Jetzt guck mal hier. Das war der Flur. Du hast die Karte, denk dran. Die Karte? Aber du weißt, wo wir sind. Ich glaube, sie sind auch in Woodhub, wir sind gar nicht weitergekommen gestern. So gegangen, na? Dauert, so gegangen, ne? Ich bin oben, ja. Hier wieder schön horchen. Hier wieder schön horchen. Wie nach der Siebe. Die Nachbarsche. Was muss man trinken? Was muss man trinken? Äh, yes. Oh, draußen laufen schon. Warte? Was draußen laufen? Ja, zwei. Und zwar aus diesem Fenster hier oben. Ich weiß nicht, ob man mich sieht jetzt. Aus dem hinteren Fenster. Gib mal was zu trinken, schnell, schnell, schnell. Und dann lass uns die Flocke machen, je besser ist es. Wo? Hier? Hier rein? Ja, runtergefallen. Hier runtergefallen. Hier. Hier runtergefallen. Die Trinkflasche? Och, die Wackelganger. Ja, ist die üb. Ach, kann ich gar nicht nehmen. Na, dann trinke ich mein. Ah. Okay. Also gut. Lass uns raus. Lass uns raus hier. Ist das eine Sackgasse hier? Sackgasse. Das ist eine Sackgasse. So, lass uns. Lass uns. Lass uns. Okay. Schön mit dem Gewehr zielen. Ist das hier runter? Hier? Ja, genau. Ja, von der Seite habe ich die gesehen. Genau, das ist die Seite. Schön, da horch ich auch mal Schritte. Schön, da horch ich auch mal Schritte. Nee, von der Seite habe ich gesehen. Okay, hier. Übrigens. Übrigens. Ich höre leider nur... Ach, hier ist eine Mauer? Achso, hier fehlt noch was. Gut. Nein, das darfst du nicht. Hier habe ich sie gesehen. Okay, hier drüben. Eine Tankstelle. Links von uns. Links von uns. Ist das eine Tankstelle? Da ist keine Tankstelle. Da auf der Wiese. Hier in der Mauer. Ähm, nee. Ich habe übrigens was hochgeladen. Ähm, nee. Ich habe übrigens was hochgeladen. Ähm. Screenshot? Screenshot. Da haben wir angefangen. Ach, da haben wir angefangen. Wir fingen das ganze übel an hier. Wir fingen das ganze übel an, ja. Das war von dem Spiel, ähm, Fortrax. Fortrax. Ah, okay. Achtung, hinter dir ist offen, ja? Achtung, hinter dir ist offen, ja? Ja, ja, ich weiß. Ja, und? Ja, ich habe ein paar, paar Wochen, ich habe ich mal gemacht. Ja, ein paar, paar, paar Wochen. Auf hier. Auf hier. Meinst du, schauen wie das Spiel ist und sowas? Schauen wie das Spiel ist und sowas. Wollen wir mal hintergehen? Wollen wir mal hintergehen? Wollen wir mal hintergehen? Was tust du? Wollen willst du? Was tust du? Wollen willst du? Da, das ist die Seite, wo ich gesehen habe. Ah, okay. Ja, richtig. Was heißt, die sind? Wollen wir sein, ne? Ja, wollen wir sein. Ja, okay, dann. Was ist die Flocke machen? Wo willst du denn hin? Jetzt nach Sultan. Ich habe sie ja leider nicht gesehen, wo sie sind. Nach Sultan. Sultan ist da drüber. Ich denke, du hast die Karte, weil. Langsä. Schön, langsä. Für den jungen Pferdler. Ne, und die haben da neue Monster und sowas. Also, das ist Hammergeil. Also, das ist Hammergeil. Die machen auch etwas, man sagen muss, Daumen hoch. Die machen auch etwas, man sagen muss, Daumen hoch. Die Vortex, meinst du die Leute? Vortex. Also, dass das Verhältnis da drinne. Dass du auch so allein bist, weißt du, plötzlich. Dass du auch so allein bist, weißt du, plötzlich. Und, und, ja, die Feedingsambiente einfach ist. Das ist Ambiente heil. Okay, soll man hier rüber, oder willst du noch loten gehen? Also, gehe ich nicht. Ich habe eine Fressbox mit dabei. Was zum Trinken. Zwei Fellflaschen, die kann ich füllen hier unten im Wasser. Es gibt ja sogar radioaktiv verseuchte Gegenden, ne? Hier. Richtig. Habe ich bis jetzt noch nicht gefunden, glaube ich. Bis auf diese Höhle, wo wir mal hatten. Wieso komme ich hier nicht weiter? Was ist hier? Ah, ich wollte schon sagen, der Titel kann lauten, wir entlarven heute alle Bugs hier, oder so, aber... Wenn das, wenn das so ein kleiner Kieselstein war, verstehe ich das, warum ich da nicht weiterkomme. Ich tue mich ziemlich schwer mit meinen Füßen zu heben, ne? Ach, tagsüber ist halt ein bisschen, ein bisschen schwer zu Arzt zu laufen. Ja, weil du eigentlich von allen, von... Genau, nachts ist die sichere Sache, bis auf Looten halt, Looten halt mit den, mit den, ähm, mit der Taschenlampe. Das war bei dem Spiel 4Tracks genauso gewesen, ey. Nachts so dunkel, weißt du, du hörst? Ist das, ist das... Also ich hab's ja auch, aber ich hab's ja echt noch nicht angezockt, also. Soll's mal machen, also ich werde das dir auch demnächst reinstellen, weil ich nächstes Wochenende werde ich anfangen. Ich kaufe grundsätzlich alles, was neu bei Steam ist, wird ja gekauft erst mal. Ja, und dann wird's dann irgendwann probiert, aber wenn du schneller bist, brauche ich das nicht mehr probieren. Ach, kannst du ja auch mal, das ist ja ein Thema. Ah, ne. Kann ja, kann ja auch sein, dass das Spiel auch irgendwann als Multiplayer ausgelegt wird. Ja, hab ich geschrieben. Aber halt Multiplayer begrenzt, also wenn du acht oder zwölf Stück vielleicht. So ähnlich wie du vor bist. Richtig. Weil du siehst einfach, dass... Das ist ja nicht, ist ja nicht schlecht. Nee. Weil du siehst, wenn du das Video siehst, also wie gesagt, ab nächstes Wochenende werde ich das auch reinstellen. Für Leute, die jetzt TMS Quintet gucken und sagen, oh, geiles Spiel, was ist das? Ähm, ab nächstes Wochenende werde ich Fortrixx reinstellen. Und wie gesagt, ich hab's nur mal kurz angezockt, ob alles läuft und alles in Ordnung ist, auch die Webcam. Und da ist auch eine Webcam dann dabei. Hier leider nicht, haut nicht hin, auch bin ich schade, ich hätt mich ganz gerne klein eingeblendet, aber... Hat doch was mit dem FPS zu tun, ne? Ne, ne, das hat was damit zu tun, dass man hier nur Monitor aufnehmen kann. Im Spiel hier. Mit dem FPS. Ne, ne, ich hab nichts mit dem und zu, ich nehm, ich nehm mir OBS. Das Monitor, hast du mal gesagt, dass die, weil die so schwanken. Ne, ich ne. Oder hat er, unterstützt ihr das einfach nicht hier? Unterstützt das nicht mehr. Er hat zum Anfang mal unterstützt gehabt, wo es rauskam. Wo wir es hatten. Danach ging es jetzt nicht mehr. Danach ging es jetzt nicht mehr. Und den Grund hast du nicht erfahren? Ne, als Gameaufnahme halt nicht mehr. Aber als Monitor kann ich aufnehmen. Aber als Monitor kann ich aufnehmen. Vielleicht ist es sogar ein Game. Vielleicht ist es, weil es real live ist. Ja. Das reality show. Weißt du, wo wir jetzt hier sind? Weißt du, wo wir jetzt hier sind? Nein. Du weißt es nicht? Weißt du es nicht? Äh, miscredet? Ja, aber da hätten wir mal gestorben. Also, du bist mal rüber gelaufen. Ah, ich bin an einigen Stellen schon gestorben. Abgenibbelt. Ja, aber hier ist... Im Löffel abgegeben. Ach, hier sind wir mal... Ah. Ja. Hier ist meine Frau schon runtergerutscht, wo er als Haufen wieder kam. Ach, das war schon wieder was anderes. Schöne das an. Schöne das an. Ach, ja, ja. Ich weiß es nicht mehr. Es sind so viele Projekte am Start gerade. Ich weiß nicht mehr, was wir spielen. Alle gleichen sich wie ein Ei hier. Außer, dass Misscredet top aussieht. Und die Atmosphäre einfach viel, viel besser eingefangen wird. Auf jeden Fall. Man hat einfach die Chance. Man hat einfach das Gefühl, man lebt länger. Auch wenn man jetzt hier unten ein Dutzend gleich gut sieht, die das gleiche behauptet haben. Ja, die Atmosphäre gut eingefangen wird hier, weißt du so. Ja, die sind wahrscheinlich so lange verweilt, bis sie verhungert sind hier. Aber die Knochen stimmen alle wenigstens. Ja, die Knochen stimmen alle wenigstens. Ja, das weiß ich nicht. Wenn das jetzt die Merkel war, glaube ich nicht, dass der eine Knochen zu ihr gehört hat. Ja, Becken, Knochen, Kopf. Oh, guck mal, da hinten. Ach, das hast du auch schon gezeigt damals. Dieses Rohr da hinten, ne? Was machst du denn? Naja, wenn du diesen Fluss siehst, der kein Fluss mehr ist. Da hinten hast du ein Rohr. Ja, richtig. Aber da kommt kein Wasser mehr raus. Und ich hab schon aus dem Fluss selber gesehen, dass da ein Rohr geht, dann konntest du durchschwimmen durch das Rohr. Dann bist du ja auf einer ganz anderen Seite von der Insel gekommen. Richtig, ich bin auch schon mal reingefallen in so ein Rohr. Ich bin auch schon mal reingefallen in so ein Rohr, oder? Und wir haben angezockt. Und wir haben angezockt. Hier sollen 14 Leute rumtanzen. Hm. Die scheinen wahrscheinlich gerade irgendwo Blackjack zu spielen. Bist du noch unten? Bist du noch unten? Achso, Mensch, ich vergesse dich ja. Vor lauter Staunen. Da ist er ja. Da ist er. Sieht so nice aus hier, die Grafik. Also, was heißt Grafik? Oh, guck mal. Zelt mitten im... Guck mal. Zelt mitten in der Prärie hier. Mitten in der Pampa. Ich hoffe, der lebt noch. Dann können wir nach dem Weg fragen. Kann man auch speichern? Kann man auch speichern? Schlafen brauchen wir, glaube ich, auch nicht hier, ne? Nö, oder? Nö. Nö, schade. Unwichtig, oder? Schade. Ach, wer will... Wer denkt denn in Apokalypse ans Pennen? Also, ich nicht. Ja, aber das könnte man vielleicht auch einführen, weißt du? Dass auch alle dann so ein bisschen... Ja, aber diese 20 Sekunden Schlaf, wie bei... Ach, schon wieder muss ich dieses Wort H1 benutzen. Ja, also 20 Sekunden bringt ja wohl reichlich wenig. Ich meine, es gibt einen 20 Sekunden Schlaf. Ja, der Sekundenschlaf nennt man das. Ja, aber dann meistens tödlich. Dann meistens tödlich. Ja, der auch manchmal hier. Aber ich würde sagen, so wie bei Long Dark, zum Beispiel, wenn du einpennst und so besser bist du... Zwölf Stunden ist das Maximum. Da bist du ausgeruht. Das ist auch bei Fallout so. Oder bei The Long Dark, da hast du es natürlich auch. Dass du so sechs Stunden einschläfst, dann bist du dann halb ausgeruht oder zwölf dann halt. Dann verändert sich dann auch die Zeit. Aber dann müssen die anderen Leute ja auch. Das geht ja auch irgendwie nicht. Nee, deswegen läuft ja die Zeit. Bei denen spielen sie schnell ab. Bei denen spielen sie schnell ab. Dass die 20 Sekunden nicht weiter auffallen, dass sie fehlen. Ah ja. Ja, richtig. Aber dann musst du halt einfach sagen, okay, dann musst du halt wirklich eine Minute warten und schlafen. Eine Minute warten und schlafen. Ja, aber die Zeitrappe, was ist... Die Zeit verändert sich gar nicht, willst du damit sagen? Also die Zeit so in dem Spiel selber, soll sich jetzt nicht verändern, dass der Mond plötzlich aufgeht. Das kannst du nur machen, wenn du alleine bist. So, wie wollen sie das jetzt für Werkstätten? Schon eigentlich mehr. Das war die kleine Pflanze da hier. Die ist ausgetrocknet. Die steht ja auch dauerhaft in der Sonne hier. Alter Schwede. Alter Schwede. Und geregnet hat es bis jetzt auch noch nie hier, habe ich gemerkt. Guck mal, und trotzdem blühen die hier. Oh, so kräftige Farben. Ja, aber die, aber guck dir mal hier. Hast du auch dieses ganz grelle Licht gesehen? Aber guck dir mal diesen Fahnen an hier, ne? Oh, das ist ja trocken. Das sieht hammergeil aus. So manche Dinger trocken, manche gut. Also die... Du, meine Frau wird sich über diesen Tannenbaum freuen, wenn ich den das nächste Mal heiligabend mit nach Hause bringen. Siehst du den kleinen hier? Hinter dir? Hier, so links von dir. Der ist schön. Du hast eine Achsen, nimm sie mit. Du hast eine Achsen, nimm sie mit. Oh, das mache ich jetzt. Jetzt fäll ich einen Baum. Aber leise. Leise. Achso, ich muss ja... Jetzt hätte ich beinahe... Oh, so laut. So laut. Alter, ich kann die kleine Ba... Ich kann ihn mitnehmen. Ach, und ich fäll das nicht auf, wenn ich den jetzt hinterher ziehe, den Rest des Spiel. Hinten auf dem Rücken drauf, so. Hörst du das? Ja, und wieder auch mal. Kommt er auch. Kommt er auch Holz ab und und dran und alles, was man so braucht? Ich sehe es aber nicht. Alter, das hört man meilenweit hier. Das hört man meilenweit hier. Nein. Also es hört sich an, als wird was abfallen, aber ich finde, habe ich so voll drauf, dass es gleich meinetwegen fliegt. Aber ich... Naja, ich nehme mal einen anderen Baum. Einen größeren. Frau hat bestimmt zu finden, wenn ich eine Eiche als Tannenbaum mitbringe. Ja, das wird eine Eiche oder Mammutbaum sein hier. Also Holz kann ich... Scheiße, ich habe doch die große Axt mitnehmen, glaube ich. Mit der kleinen... Ah, ich habe was. Und da freut er sich. Nicey Baby. Was kann man denn mit Holz machen? Kannst du hier Holzplanken und sowas machen, damit kannst du Sachen aufbauen. Also die kleine Tanne gibt noch kein Holz ab. Da schlägst du drauf. Die wird aus Gummi sein. Aber hier liegt etwas... Sag mal, wir haben noch nichts gecraftet hier, glaube ich, oder? Bis auf diese... Ach, schon wieder. Jetzt fällt es aber, du. Jetzt fällt es wie Regen. Jetzt fällt es wie Schuppen von den Augen hier. Kann man denn kein Lager-Base-Feuer machen, du? Mit dem Holz? Hast du noch genug Essen da für dich? Ja, das wollte ich gerade sagen. Kann man denn kein Feuer... Kannst du ein Feuer zünden? Geht das? Funktioniert das? Weißt du, wie das funktioniert? Ob du Feuer craften kannst? Feuer craften kannst. Haben wir nicht geschaut. Crafty. Feuer. Struktures. Das ist... Sand. Du kannst einen Sandsäcke bauen, wenn du willst. Ja. Ja. Molotow-Cocktail, das könnte ich bauen. Fehlt was. Gasbomb. Ich glaube, das ist... Ich glaube, das ist noch nicht möglich. Aua. Aua. Was? Ich... Ignorieren wir jetzt einfach mal, ne? Paul, du kannst die Bank... Doch, doch, du kannst hier. Du kannst, du kannst, du kannst. Ja? Plattformen. Du kannst ja Stühle und alles bauen hier. Siehst du das? Stühle? Ne, das kann ich nicht. Ne, das kann ich nicht. Also, du gehst auf Strukture, dann siehst du Metall. Und dann kannst du auf Tire oder auf Wood gehen. Und von Wood aus kannst du alles mögliche machen. Lumba. Lumba. Ja, liked. Ja, kannst du, kannst du Feuer machen. Hier ist ein Feuerstelle mit dem Holz. Feuerstelle mit dem Holz. Wo ist ein Leic? Was habe ich gesehen? Also, unter Wood. Ach, da, ja, ja, ja. Nö, das ist Tiki. Tiki, Tiki. Was ist das? Das ist so, ja. Ja, das ist ein Holzbalken mit einer Kerze oben drauf. Ja, das ist ein Holzbalken mit einer Kerze oben drauf. Ach, Lichter. Ja, ja, light, Lichter. Ja, ja, ja. Ach so, ich dachte, jetzt wäre dann automatisch, also so ein Kämpfer, ja, kannst du noch gar nicht machen. Ne, würde ich jetzt sagen. Das heißt, wir müssen das ganze, wild, was wir bis jetzt geschossen haben, müssen wir Roh verzehren hier. Oh, eine Sitzbank. Ey, wie geil ist das denn, du? Wie geil ist das denn, du? Aber willst du, ey, willst du hier ausruhen, Alter, Mann? Redefall. Redefall. Hängen, hängen. Neun Frames, oh. Neun Frames. Moment, ich häng grad. Also durchdacht werden. Oh, ein Frames. Du weißt doch, warum wir das hier sind. Jetzt lass das stehen. Alter, schädel, ey. Aber weil ich das gesagt hab hier mit der Dings hier. Aber weil ich das gesagt hab hier mit der Dings hier. Auto hier? Polizeiauto, ne? Sollen wir den mitnehmen? Ist leicht ausgekugelt hier. Bisschen. Bisschen. Das ist übel. Also was? Wie viel Essen hast du denn noch? Oh. Wie viel Essen hast du denn noch? Was soll denn was? Wie viel Essen hast du denn noch? Essen? Also ich bin jetzt mit 70 bedient. Betrinken wie Essen. Das ist gut. Und Dosen hast du noch dabei? Und Dosen hast du noch dabei? Man soll den Körper ja manchmal hungern lassen. Um die restlichen Fettreserven auch noch zu entledigen. Ja, ich hab einmal Dosenfutter bei. Ich würde was sagen, was ist das? Bohnen oder? Piers. Alles gut. Und ähm, dreimal Wasser. Naja. Alles gut. Bisschen. Also Entschuldigung Leute, dass das so ein bisschen grad hakelt, aber das liegt ja mein PC. Das liegt an der FPS-Card. Hätte ich auch gesagt. 299 Euro vom Mediamarkt. 299 Euro vom Brüderchen. 299 Euro vom Brüderchen. Echt? Die Schuld ist mir also noch 600. Achso. Hier ist ein Weg, ne? Hier ist ein Weg, ne? Du darfst nicht vom Weg abkommen. Das weißt du, du darfst nicht vom Weg abkommen. Das weißt du, darfst nicht vom Weg abkommen. Ah, welcher Film war das? American Werewolf. Hm, so, welchen Weg nimmst du jetzt hier? So, welchen Weg nimmst du jetzt hier? Ja, du hast gesagt, hier geht's irgendwo nach Sultan. Wenn wir hier so weiterlaufen, dann treffen wir irgendwann auf den Sultan. Ah, herrlich, wie's hier aussieht, du. Da kann man doch gleich singen. Das Wander ist das Müllers Lust. Richtig. Oh, jetzt geht ein Weg runter, ein Weg hoch. Ja, geht ein Weg runter, ein Weg hoch. Du, nicht, dass wir auf diese Höhne wieder treffen hier. Also, ich geh mal hier. Oh, ein Eichhörnchen, alter. Uh, ein Eichhörnchen. Wie sagen die Schmerzen, ein Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen. Boah, das ist so geil hier, ey. So geil, ey. Schau, 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 schau vor meinen Füßen hier. Hinter diesem Busch, bist du bei mir? Ja, ich seh's. Ja, ich seh's. Ein Stück sogar. Ein Stück sogar. Oh ja, hier drücken wir auch noch. Es wimmelt hier nur von Nahe. Ah, Iiiiih, es ist nur noch drei. Drei Stück auf einen Haufen. Oh, neu. Sie sind so putz, wir haben sogar hier auch noch. Sie sind so putz, wir haben sogar hier auch noch. Lampen, da erinnere ich mich doch auch wieder gleich an King of Queens. Oh, süß, äh. Genau. So eine Eule, Mensch. So eine Eule, Mensch. So ein altes Tier mit Brille. So ein altes Tier mit Brille. Okay, jetzt vorne ist ein Gebäude und ich glaube, wir sind einmal im Kreis, glaube ich, wir sind, glaube ich, schon wieder in Woodhaven. Nee, das ist eine alte Eisenbahnbrücke, du, glaube ich. Wenn ich das jetzt hier durch die Bäume so erkennen, ne? Eine Frame, wo ich weiß. Ist das ein Eichhör? Ist das ein 100er draußen? Ich guck auf den Boden, ich seh nichts mehr. Ich guck auf den Boden. 60 Frames wenigstens. 60 Frames. Okay, das ist eine Base, Alter. Eine halbfertige, du. Okay. Hast du sie im Auge? Auge, ja. Im Auge, ja. Sticht mir förmlich ins Auge. Sticht mir förmlich ins Auge. Oh, da steht ein, Alter, da steht ein LKW fertig, du. Wer? Alter, jetzt kommen wir mir mal vor wie Hänsel und Gretel, du. Die laufen im Wald und finden plötzlich das Hexenhau. Ah, da steht ein fertiger LKW, Alter. Hoffentlich ist der unbehaufsichtig. Da können wir mal ein bisschen rumfahren. Wir bringen ihn auch wieder heil zurück. Keine Sorge. Also nur für die Zuhörer mit Gucker, mit Anschauern. Wir klauen nicht. Wir looten nur. Was wir finden, bringen wir auch wieder zurück. Ah, dem fällt die Reifen. Das heißt, er fällt gefahren. Aber wir sagen natürlich auch gleich, er ist der Verantwortliche. Er ist der Verantwortliche. Ich übernehme keine Haftung. Ich übernehme keine Haftung. Ja, ja. Wir sind so halbfertig mit dem Ding. Siehst du es, wie sie es anbauen, wie bei den Zorin Joas hier? Da drüben ist die Brücke. Von dort aus halten sie wahrscheinlich Wache. Aber fett groß aufgebaut, ne? Fett groß aufgebaut, ne? Ja, ja, du, das wird ja monströs. Da sind wir aber drüber gestolpert hier. Man weiß natürlich jetzt nicht, wem das jetzt hier gehört. Ich will auch nicht jetzt hingehen und das Ding einreißen, kaputt machen, sowas. Schwachsinn. Das will ich, hallo, das mache ich überhaupt nicht. Da reicht doch ein Molotow-Cook, der reicht doch zu. Da brauche ich doch nicht lange rumreißen. Ich gehöre nicht zu ihm, nein. Ich will nur mal gucken, was sie drin haben. Ich gehöre nicht zu ihm. Nein, ich auch nicht. Oh, also Chocletbar möchte ich gerne essen. Ich esse jetzt mal was. Das ist ja nur, nicht? Ist ja Mundraub, nennt man das. Weil man Hunger hat, nicht? Ich gehöre nicht in so einer... Komm auch zum LKW? Ah, ich bringe einen mit. Was, du bist, du bist aber, du bist schon beim LKW? Ja, ich esse schon fleißig. Nee, nee, du bist nur an meinem Baum, ne? Du bist an meinem Baum, pass mal auf. Nee, nee. Du bist an meinem Baum. Du bist an meinem Baum. Stehst du mich noch hier? Du stehst mich noch hier. Dann stimmt, dass du deinen FPS nicht, das dauert, ne? Weil der bei 1 bis 1,60. Also entweder, entweder Lexra bei dir oder bei mir? Ja, war auf, ich geh mal ganz kurz raus. Ich würd sagen, gehst du auch mal kurz raus. Unbedingt, aber warte mal kurz, bevor ich wieder Hunger kriege. Dass wir den letzten Schokoriegel auch noch klauen. Wir sind ja wieder beide drin, okay, bei mir, Markus. Bei dir? Er nimmt gar nicht mehr... Doch, er nimmt gar nicht mehr auf, wo ich bin. Ah, jetzt bist du weggefallen, okay. Ich konnte Schokoriegel immer die zwei gleichen essen. Und wenn ich wieder reingeguckt habe im LKW und das Essen ist auch gar nicht höher geworden. Ah, okay, gut. Dann war's bei dir gewesen. Aber ich geh auch ganz kurz raus. Mhm. Mhm. Wieso? Ja, wenn's bei dir auch so gerecht hat, dann kannst du... Ja, also, na gut. Ja, also sowieso 23 Minuten drauf. Deswegen beenden wir's hier. Und wir sind gleich wieder da. Bis gleich, Leute. Bis gleich, Leute. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.